Was ist zeitgenössisch in der Musik? Ich glaube, dass zeitgenössische Kunst ganz allgemein dann besteht, wenn sie mehrere deutliche Verbindungen zur Welt hat, in der wir jetzt leben. Und damit meine ich ausdrücklich nicht, dass sie jetzt aktuelle politische oder gesellschaftliche Themen behandeln muss oder dass sie nur neueste Techniken verwenden darf. Weil ich glaube, Kunst, Musik ist eine ganz eigene Art, die Welt in ihrer Tiefe zu deuten. Und da finde ich es dann so ein bisschen albern, wenn man sagt, Künstler, deute mir mal diese Koalitionsverhandlungen oder mach mal was mit Computer oder so. Und ich glaube, eine Grundvoraussetzung jetzt speziell für zeitgenössische Musik ist, dass alle Musik der Welt jederzeit überall für jeden frei verfügbar zu sein scheint. Und wie gehen wir jetzt mit dieser völlig unüberschaubaren Vielfalt um? Und ich glaube, dass zeitgenössische Musik zwischen den bestehenden Erscheinungsformen auf die Suche geht. Also ich möchte mich nicht auf einer bestehenden Position in die Tiefe bewegen, wie das bei Ideologien wie Serialismus oder Neoromantik oder Neuspunk oder auch Schlager der Fall ist. Ich möchte aber auch nicht an der Oberfläche von Klischees surfen und irgendwelches buntes Allerlei zusammen mixen, sondern ich wage mich mal auf meinem eigenen kleinen, sehr persönlichen Pfad in dieses Meer von Vielfalt hinein und bin gespannt, ob es da Gültiges zu finden gibt. Vielen Dank.